das wie dann ja wunderbar so wollen wir los und das probieren weil das mal zwei minuten warten bis der elementar wieder ready ist das sind noch 30 sekunden dann ist kai ready wir machen jetzt die big blaze geben auf tank jetzt ein bisschen mehr aus ja dann kannst du uns einfach ich gehe das rote geht auf eiler folie davon voll in zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei ich hab geklaut 10 ich schaue ich zu hier kommt der schock der schamane diesmal geht es jetzt frage ist wie lange noch land und da kommt dass er dem dati das elementar weißt du wenn ich tot bin ja weil ich jetzt ready hatte du wolltest ja nicht wort mit roti wollte nicht warten jetzt sterben lassen wie sonst auch immer wobei der adele überlebt das das ist ordentlicher tank ja ich bin ja auch kein tank bin ja dd klingenwirbel geschafft hast du dich gezählt hat sich mal roti genau was bist du für ein schurke alter ich muss auch ständig mit meinem hexenmeister tisch denn anstatt im gesu wir müssen hier übrigens noch weiter willst du hier weiter hier motiv das reicht wenn das einer macht wenn wir jetzt doch auch mal kriegen dann haben wir ein problem wir haben ein problem also da kommt zwei kohle raus die hat deshalb weil zwei das gemacht haben das schaffen wir nicht nein die grüße dabei wo sagt doch das schaffen wir nicht wenn das zwei leute machen roti ich habe doch auch einmal wollte ich nützlich sein die gruppe weiten wenn ich jedes mal wieder nützlich sein wir sterben wie lang willst du noch machen roti halbe stunde weiß ich nicht ob für das jahr bis 21 uhr würde ich aussagen dann würde ich sagen wir lassen das alter sein könnte normal ist die anmelden ja das bringt es bringt auch nichts dauert auch ewigkeit muss da reinkommen okay wird sagen wir clean jetzt einfach so einen zweiten kessel noch und dann drückt bitte nur einer drauf das wäre nett es da mache ich ja schon bin auch dabei und die ist es verpist sich von dem kessel das muss eigentlich nur einmal scheiße spawnen okay es ist trotzdem heftig es war hier kann ich dir nicht geben da kommt der ghoul heil mich ich bin kein einer ich habe hier drei vier am arsch da ist du hast wenigstens volles leben ja ich habe mich auch geheilt ich halte mich erst mal selber obwohl das ist alles sehe den ich dir geben kann fügt jetzt flüssigkeit hinzu so ja gefällt gut ich gehe mal auf heiler oder auf elit dann mache ich wenigstens mehr oe klingt gut dann probieren wir die scheiße noch mal moment ich muss noch skillpunkt vergeben ich muss sogar zwei vergeben so dann noch pvp talent das kann ich mir noch aus und reinigen naja ich will dann vielleicht trotzdem mal jetzt auf tank um so ja dankeschön routin mach hau raus gib dir mir hier nederstoffe wofür brauche ich denn den scheiß kannst du kaufen das ist bares geld kannst du schnell fliegen kaufen das sind 56 warum kommt der ghoul sofort ich hab ihn gestand roti was er noch machen so kann er nicht alle drei das kann mit deines dreifach rausgott ich heile ich renne weg was sieht jetzt irgendwas ich denke das doch viel besser du musst jetzt noch mal flüssigkeit nach oder warte 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 bis es kommt roti haut einfach raus aua ja ich müsste mich auch schon mal kurz antenken lassen hier kann ich keine flüssigkeit hinzufügen hm stammt da ich hab's gemacht und wie lange müssen wir das jetzt hier machen ich keine ahnung also bis morgen früh immer noch da steigen immer noch ghoul aus dem kessel doch nicht warum die ghoul aus dem kessel die springen denn hier herum schalalalalalala eins kann mir keiner den ghoul aus dem kessel nehmen das ist damit der nächste ghoul kommt da steigt auch ein ghoul aus man fand ich es mal mit solchen durchdringenden sonst der antrissen toben der ghoul ja ihr habt auch ein bisschen übertrieben glaube ich sieht so aus dass wird es wieder von vorne anfangen du bist jetzt hängt du musst das denken nicht nicht wir wir machen nur den schaden ich hoffe auch noch ein bisschen heilung zwischendurch ich bin halt krank ich hab heut mal einen darmenschutz ich kann bloß zwischendurch futtern hilfe danke okay ich kann jetzt dieser kessel mal was entweder ausspucken oder fertig sein das würde ich nicht machen das ist nett dass du das nicht treten wolltest kann ich verstehen so jetzt erstmal niemand mehr was drücken ja bis da wieder steht dass wir drücken sollen bei mir steht ich soll drücken soll ich jetzt drücken ja alles hört auf morels kommando ok ich wusste es wir habe ich schon nie magierwurst hier noch wenn wir es noch einen schnellen dann schlafen dann können wir gerne machen ich gehe diesmal aber wieder auf litz ging dann bitte mit mit einer meld uns sind rein mord auf so wundern das ist ja schön denkt an die oberste fest kann man die annehmen geht nicht ich hab blöd ja bin ich auch oh nein oh nein du bist echt alter das ist ein ich hab doch wenig alles gut nimm wenig weg ist flecken roti ist echt der held der nation unter den maga orcs ich hab mir heute lagen lassen toll und großartig so ein bisschen heilung zwischendurch ich bin kein heiler ich bin ich bin ja das erklärt einiges was soll das heißen ich bin der bestseite durch den du jahr ist in einem lowlevel dungeon wer pull denn die jetzt noch alle mit der schurke nein 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 ja so frech ich mach dafür auch den damage ich darf das aber wer muss das wieder überleben du teile genau so erster boss roti machen wir die spinn alle weg ich hab nicht ich hab spinn ich hab spinn ich hab schlangenangst ja das ist nicht mein problem das war ein witz wie heißt das nekologie keine ahnung ich hab keine schlangenangst nekophobie ne ich kenne achneurophobie ja das binne ja ich hab claustrophobie angst für jeden klaus klaus hat sie spaß bei de federal de wie noch nicht wegen dem klaus verstehe ich nicht sollt ihr vielleicht einfach alle mal zu mir kommen damit ich die auch alle ònige mach du dein mimi mir Wohl mehr! Mehr! Nö. Da muss ich mich anstrengen. Die sind einfach mir vorbeigelaufen, da konnte ich nicht tun. Sehr blöd. Das ist leider auch cool. Oli, wie ist denn das passiert? Die sind einfach mir vorbei. Guck mal, die laufen einfach mir vorbei. Wolfrich? Ja, ne? Alter, der ist schwierig müde, hey. Ich hab morgen frei, ich kann ausschlafen. Ich war gestern um zwölf im Bett, hab um eins angefangen zu pennen, bin dann auch um vier Uhr dreißig aufgestanden. Wieso stehst du auch so früh auf? Ich weiß auch nicht, weil ich doof bin manchmal. Ja. Ich bin das erste Mal durchs Erbrechen um zwei, um vier und um sechs wach geworden. Dann hab ich bis um elf durchgeschlafen. Ja, das wird mir jetzt nicht anders gehen. Wenn meine Energie einmal anfängt, dann ist sie nicht mehr zu bremsen. Ich glaube, ich geh gleich einfach nochmal duschen und dann werden die Schleim heute einmal nass. Ich kick mal, ne? Macht ihr sonst keiner von euch? Die Idee ist da vorne, ne? Ich bin ja kein Dede, ich bin Tank. Ja, du musst auch kicken, ey. Quatsch, ich muss am Leben bleiben. Keine Ahnung, wo Prodi da gerade hingesprungen ist. Der wollte einfach mal ein bisschen spüren. Lass ihn doch! Der hat gerade irgendwas eingesammelt. Pssst! Der hat das, anstatt Damage machen, hat er das, äh, Fragment eingesammelt, das erste. Ich, das war schon mein zweites. Hä? Du brauchst du bloß ein Fragment. Du brauchst fünf. Äh, du hast, du machst die Geschichtstafel. Ja. Ich rede von dem Trakari-Colosseum-Fragment. Davon ich reden. Ich bin aus dem Trakari-Colosseum. Ich drehe jetzt einfach wie ein Krummkreisel. Wie ein Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Araign. Wie ein Bum-Bum-Bum-Araign. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Heilung kriegen könnte, wäre das schön. Der Heid, entscheidet die ganze Zeit nur sich selber. Wenn du mir mal die Akron nehmen könntest, du lebst, das weiß ich, das wäre ganz nett. Ja, ich habe keinen Massensport, das ist dir klar, ne? Ich habe Schurkenheide gemacht. Auf den Heider, das ist nett von mir. Ja, ne? Also wenn du nicht der Heiler auffüllen könnte und nicht ständig die Fragmente holst und mich dafür heilen würde, wäre das nett. Ey, wie die alle nur die Fragmente geiern. Ich habe fast alle. Morell, Boss, los. Damit du die Fragmente sammeln kannst. Nein! Ha, 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 Loser! Fuck off. Ah, wieso habe ich mich denn noch mal bewegt? Ich war vor dir da. Tja, das ist Karma. Auch Karma. Ja, ich bin ein Biatch. A little Biatch. Siehst du dieses Kentakel, die aus dem Boden kommen? Das sind meine. Er ist von dem Soft berührt. Sag mal, wie kann denn der Hunter was so extrem eskalieren? Das ist ein Hunter. Eskalation! Die machen nicht viel. Kennst du diesen Hansen's Entertainment Moment? Oh, da ist ja noch eins. Ich will die gar nicht, also okay. Naja, Prodi loutet natürlich den Boss nicht. Habe ich schon, aber okay. Nicht da lang. Ja, ich will wissen, ob da Fragmente sind. Schau es drauf, mal es, nur einmal in mir. Oh, Schalala. Bischi, du gehst mir auf den Sack. Und Schalali. Wie gesagt, ich will die Quest gar nicht schaffen, ist okay. Warum? Nee, ich mag die Quest nicht. Ich bin blöd. Das habe ich den schaffen. Okay. Jeder Geil hat sich einfach nur auf die Fragmenten. Jetzt machst du es genauso. Ich fange der Heiler mich weiter halt. Macht der das? Ja. Ja. Nein, das ist ja dieser Bonus-Boss. Ich erinnere mich. Ist aber nicht offen. Ja, gibt es nur ein A10. Das war damals witzig. Das war eine richtige Herausforderung noch. Damals war Vio Wien auch schwerer Content. Ähm, ich habe Face Agro. Ich habe nichts angekriegt, ich habe nur Face Agro. Genau, weil du da hinten das Fragment wieder gelootet hast. Ja. Jetzt ist es mal noch ins Boss-Areal gekickt. Sollte die Leute einfach vor sowas sterben lassen. Bin so nett. Zwei von denen sind wieder immun gegen Stunts. Ja, danke. Tu schon mal den Boss. Ist klar. Weißt du, was schön war gestern? Ähm. Ich hätte um vier in die Uni gemusst. Nochmal. Ja. Mein Bett war warm. Und draußen hat es geschneit. Ja, schau mal durch mal drum. Fertig. Soll ich noch nicht mehr auf die Dinger geiern. So, jetzt, äh, hat der Jäger auf jeden Fall mal ein bisschen Angst bekommen. Hat der wohl Schildkröte gezogen oder was? Das hätte man... Naja, ist egal. Ich habe eigentlich... Ja, meiner ist eigentlich auch raus. Bei der Hälfte schon. Ja, ich muss die Tafel einsammeln. Ging die anders. Du wolltest nicht mal. Mach das doch. Ich bin schon fertig mit den Tafeln jetzt. Nee, da kommt... Nee, da kommt keiner mehr, ne? Nee, wir müssen hier auf mein Wetter. Ich habe aber erst zwei Tafeln. Kommen da noch welche? Fekt. Ja. Oh, ich mache euch. Woll, Mammut. Schade, ich wollte dann runterkicken. Sie warst du Mammut richtig viel hat? Mut! Ja, ist richtig. Deshalb hat es auch das Digi Amoi des Mutes. Digi Amoi des Mutes, der auf dem Rost sitzt schon mal. ich bin sehr wenn ihr mal roti könntest du mal aufhören darf den da oben drauf zu gehen sondern auf die auf das vier warum was was die kaste stille reindrückt dass sie nicht kasten können ich finde es okay mach ruhig weiter was da mit kasten los immer dieser kasten kasten ist auch ein problem rind das vier hat mich gerade gewonnen hätte das passiert einfach holt ich habe gerade box tut mir leid ich würde sagen das ist kam er oder ich sehe aber keine tapen mehr da hinten nur noch welche kommen einfach auslaufen nicht der einzige noch diese tafeln brauchen ja komm wir machen das mal mit der anderen leben ja die amore des charges erstrahle kann man das gewesen wenn der mich wenn der mich verrecken er mich nicht gerätzt hätte aber selbst du bist versworen sind von diesem ansturm ich würde auch gerne mal heilung kriegen der heiler schläft halt irgendwie naja gut wir sind eigentlich ein bisschen über der zeit drüber jungs aber jetzt machen wir jetzt einfach den dungeon fertig und dann dürfte ans bett gehen ja endlich bett wo die da nicht schon seit 19 uhr rein dem ist sandmann vorbei brauchst du noch solche tafeln ja aber ich dachte ich mache zum boss schnell machen bevor proti die post zieht und beide posten ja ich war es nicht so egal es gibt ja keine folge quest wo ich den boss töten muss oder so ja der boss ist eine eigenquiz zum töten ja deshalb also der heiler macht mir ein bisschen angst ehrlich gesagt ist doch schlechter als ich glaubt er passt einfach nicht so auch jetzt ist noch eins falls du noch eins brauchst du letztlich brauche erstmal alle level ab er braucht schon versatility so dann können wir erstmal hier oh die sind auf episch geprockt ja kicken wir mal denn ist doch schon recht jetzt hältst doch die quäser jemand ist so gemein 90er schuhe ja pudding da da die da